Mein Name ist Michael Huber, ich leite das Kompetenzzentrum für Seelte Management bei SBB Immobilien. In meiner Funktion schätze ich das Erarbeiten von IFM- und TFM-Standards auf schweizweiter Ebene. Ich habe eine Lehre als Elektromontor absolviert, die Weiterbildung zum Sicherheitsbeauftragten sowie die höhere Fachprüfung zum Leiter für Seelte Management. Nach zehn Jahren auf der operativen Ebene wollte ich auf die strategische Ebene wechseln. Die Weiterbildung zum Master of Advanced Studies in Real Estate und Facility Management an der ZAW habe ich gewählt, weil die verschiedenen CAs genau meinen Bedürfnissen entsprochen haben. Am besten hat mir das CAs Immobilien Lifecycle Management gefallen. An diesem Kurs konnte ich sehr viele Themen entlehnen, die ich bei meinen Projekten BIM2FM einsetzen konnte. Ein weiteres Highlight war die Projektarbeit im strategischen Facility Management. Die Projektarbeit hat uns als Gruppe extrem zusammengeschweißt. Durch meine Weiterbildung bin ich heute in der Lage, meine vorgesetzten Mitglied der Geschäftsleitung SBB Immobilien in strategischen Themen des Facility Management zu unterstützen. Aus meiner Sicht ist die Weiterbildung an der ZAW, Institut für Facility Management, ideal, wenn man sich weiterentwickeln will in den Themen des Real Estate und Facility Managements. Und übrigens, der Ausbildungsstandort direkt beim HB Zürich ist optimal gelegen, damit ihr auch mit der SBB anreisen könnt.